Hey Leute, was geht? Ich bin es Timi, Freunde, da bin ich wieder auf der YouTuber-Insel und habt bestimmt schon mitbekommen, dass wir hier natürlich dieses riesige Dungeon hier gefunden haben, aber das ist nicht das Einzige, was ich gefunden habe. Ich habe hier eine richtige Mining-System-Explorer-Map, vielleicht fehlt mir noch irgendwas anderes und da will ich heute auf jeden Fall hingehen, Freunde. Ich habe nur eine kleine Vermutung, ich glaube, das ist ziemlich weit weg, oben ist Norden, wo ist Norden? Norden, Süden, Süden ist dann da. Ah, da müssen wir in die Richtung gehen, Leute. Oha, das ist aber denke ich mal schon, ja, wobei der Punkt ist relativ groß. Ich würde mal sagen, Freunde, ihr wisst Bescheid, das Abenteuer geht wieder los auf der YouTuber-Insel 2.0, das wird richtig heftig und ich glaube, vielleicht kommt auch bald Minecraft statt. Schreibt mir alle Minecraft-Stadt in die Kommentare, wenn ihr auf diesem Kanal Minecraft-Stadt sehen wollt, wie ich wieder RP mache mit den anderen etc. und auf der YouTuber-Insel werde ich auf jeden Fall auch weiterhin Content machen, das ist natürlich logisch, Freunde. Das Projekt ist nicht tot, Leute, es geht weiter und deswegen würde ich mal sagen, dass wir erstmal Richtung Süden gehen. So, wir müssen ja in die andere Richtung, das heißt, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, ich muss auf jeden Fall hier in die Richtung gehen. Schade, dass hier alles gelootet wurde, aber wir haben ein paar gute Sachen bekommen, falls ihr es nicht gesehen habt. Wir haben Schutz 2, Haltbarkeit 2, Dornen 1 und hier haben wir Schutz 2. Wir haben hier noch, das ist verzaubert, Reparatur und das Schwert hat auch Reparatur. Wir haben eine krasse Angel, damit könnte ich mir noch krasse Sachen machen und ich glaube, wir haben einen Ring, diesen komischen Sprung-Rinn. Aber ich würde mal sagen, Freunde, wir gehen erstmal hier runter, ich muss mich irgendwie hier runter bauen. Ich hoffe, dass da irgendwo Wasser ist oder so, weil das könnte ein bisschen kritisch werden. Wir schauen mal, ob da irgendwas ist, aber ich sehe da leider nichts. Hm, okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da unten angekommen bin. Let's go! Oh, Leute, das ist hier ein richtiger Jump'n'Run, ich sage euch ehrlich, jetzt ist aber ein bisschen gefährlich hier. So, dann jumpen wir einmal hier rüber. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Süden Richtung Süden, Leute, sehr gut. So, ich muss mal gucken, ich will eigentlich das Fleisch nicht essen, Leute. Ich muss es aber essen, ich habe gerade leider nichts anderes. Sobald ich wieder was anderes habe, werde ich was anderes essen. So, einmal schön hier rüber. Boah, das ist auch noch relativ hoch hier oben, ne? Da muss man echt aufpassen. So, zack, jetzt können wir schön langsam hier runter gehen. Sehr gut. Boah, das war eigentlich richtig clean, Leute, sehr gut. Und vielleicht finden wir unterwegs noch irgendeinen Dungeon oder so, das wäre richtig krass. Oder andere Spieler, weil ich habe gehört, dass eigentlich auch richtig viele YouTuber hier gerade sind. Und das könnte auf jeden Fall lustig werden. Hä? Was war das für ein komischer Sound? Ich will mich gar nicht umdrehen. Okay, da sieht es ziemlich gut aus. So, die Karte müsste in der Richtung sein. Ey, ich freue mich so, dass wir wieder hier auf der Minecraft-Youtuber-Insel sind. Das hat echt lang gedauert. Und bald haben wir vielleicht auch mal Elytra. Das wäre auch richtig krass. Wir würden überall rumfliegen und so. Da freue ich mich auch schon drauf. Was ist das denn für eine komische Pflanze? Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn ich schon ungefähr weiß, wo das Minensystem ist. Oh, ich will so viele Diamanten haben. Ihr wisst das nicht, ne? Ich will auf jeden Fall durchdrehen, Leute. So wie Blackjack. Haha. So, einmal hier reinspringen. Zack. So, wir schauen mal kurz auf die Karte. Ja, wir sind auf einem guten Weg, Leute. Wir sind auf einem guten Weg. Bis gleich. Okay, Leute. Da oben haben wir auch für einen Dungeon gefunden. Vielleicht finden wir da... Wir könnten da ein krasse Minensystem finden. Das wäre natürlich auch nice, wenn wir da nochmal ein Minensystem finden. Ey, ich würde mal sagen, wir gehen da kurz hoch und klappen die alle weg. Das ist ja easy. Das Ding ist sowieso easy, Leute. Oh, die sind schon da. Okay, anscheinend sind die hier überall. Das Gute ist, das Fleisch gibt uns richtig viel Leben, Leute. Wir können uns jetzt hier anschleichen und können die eigentlich wegklappen. Oh mein Gott. Ich glaube, wenn hier so viele sind, dann könnte das echt was krasses sein. Aber ich würde mal nach oben gehen, Leute. Wichtig und richtig. Und ich muss mir auf jeden Fall noch Wasser holen. Ich muss mir safe, safe noch Wasser holen. Wartet mal, Leute. Ich muss mal kurz den Eimer nehmen. Zack. So, den Eimer nehmen. Dann einmal hier rein. Sehr gut. Das haben wir gemacht. Und dann nehmen wir einmal das da mit. So. Ey, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie XP oder so. Oh mein Gott. Vielleicht sind da ja XP-Flashchen. Boah, das wäre richtig stark. Okay, warte. Ich muss den kurz wegkletten. Moment. Aua. Ey, oha. Der ist strong, Leute. Warum ist der so strong, hä? Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Einmal hier hoch. Oh mein Gott. Hier sind richtig viele. Okay, okay. Wo kommen die alle her? Schnell rein hier. Schnell rein hier. Schnell, 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 schnell. Wir haben es fast geschafft, Leute. Okay, sehr gut. Wir haben es geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir da irgendwie näher ran? Komm schon. Ich muss mich hochbauen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ey. Oh, du ekliger. Okay, du willst es nicht anders. Du willst es nicht anders, ja? Du willst es also nicht anders. Ich werde dich fertig machen. Komm her. Komm her. Ich klappe dich weg. Bam. So. Nicht spam, nicht spam, Leute. Ihr habt das gesagt. Und weg damit. Sehr gut. Okay, ein bisschen XP bekommen. Das ist gut, Leute. Wir gehen einmal hier hoch. Ich will auf jeden Fall noch eine Schatzkarte bekommen. Das wäre so wichtig, Leute. Ich sage euch ehrlich. Noch eine Schatzkarte wäre so wichtig. So, ich höre schon die Skelette. Ich höre sie schon, Leute. Wir müssen aufpassen. Ah. Okay. Oha, wir sind ja... Wir sind voll weit oben, Leute. Eigentlich können wir direkt nach oben gehen. Wir springen einfach alles. LOL. Okay, sehr gut. Zack. Dann gehen wir einmal noch mal kurz was essen hier. Zack, zack, zack. Dann einmal hier reingehen. Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein, Leute. Ich klepp die weg. Ich klepp ihn weg. Ich klepp ihn weg. Die sind eh nicht gut. Was willst du, Junge? Ich klepp dich weg. Bam. So. Den klappen wir auch weg. Das ist eigentlich voll easy. Also eigentlich sollte man das easy schaffen. So. Den haben wir geschafft. Ich sehe da jetzt sonst niemanden mehr. Ich will mal kurz was essen, Leute. Ah, da kommen die schon wieder. Okay. Okay, du willst es nicht anders. Okay, der ist auch weg. Sehr gut. Der ist weg, Leute. Ich mache mal kurz die Kiste auf. Was ist da drin? Gold. Gold ist gut. Gold ist gut. Können wir gebrauchen. Apfel. Ja. Ah, Brote. Das ist nicht so krass. Nicht herstellbarer Getränkepfeil. Keine Ahnung. Und ein Bogen. Bogen kann man eigentlich echt gebrauchen. Oh, den Bogen nehme ich mit, Leute. Was willst du von mir? Ich mache dich fertig. So. Zack. Weg mit dir. Oh, wir haben wieder Leben bekommen. Ich muss leider dieses eklige Fleisch hier essen, Leute. Es geht nicht anders. Okay. Und let's go. Let's go, Bro. Let's go. Fertig machen. Komm schon. Ich mache dich. Guck mal, das sind ja keine mehr. Lol. Es sind... Oh mein Gott. Es sind sonst gar keine mehr hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mach fertig. Mach ihn fertig. Und... Jawohl. Weg mit dir. Sehr gut. Dich klappe ich auch. Du kommst auch weg. So. Und auch weg. Sehr gut. Okay. Wir haben wieder ein bisschen XP bekommen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal hier das aufmachen. So. Da müssen wir einmal so einen Trick machen, Leute. Ja. Das ist... Oh. Dungeon. Dungeon, Leute. Dungeon, Dungeon. Dungeon ist sehr gut, Leute. Ich nehme mal kurz die Äpfel mit. Äpfel können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ey. Ich wusste, dass hier noch eine Dings ist. Ich wusste, dass hier noch eine Map ist. Okay. Sehr gut. Dann machen wir das einmal so. Stärke 1. Stärke 1. Das können wir eigentlich lassen. Dungeons, Torborn, Towers. Ich glaube, das sind diese krassen Towers. Wir wollen aber zur Mining-Map gehen. Weil da sind heftige Sachen, Leute. Wir gehen einmal wieder runter. So. Zack. Oh mein Gott. Das ist eigentlich voll heftig gewesen. Unser Schwert können wir auch noch kurz upgraden. Also hier ein bisschen heilen. Wisst ihr? So. Komm her. Komm her. Ich mach dich fertig. So. Sehr gut. Das haben wir auch gehealt. So. Dann auch den unten beiden. Oder so. Vielleicht sind da noch Dias drin. Vielleicht sind hier noch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, Leute. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ich muss auf jeden Fall viel XP machen jetzt. Ich muss ganz viel XP machen. Okay. Vielleicht sollte ich mal kurz abhauen. Das wäre, glaube ich, die bessere Option, Leute. Leute. Ich glaube, wir sind angekommen. Schaut mal hier, wo wir sind. Ich glaube, wir sollten fast da sein. Da vorne ist das. Ja. Das sieht mir... Oh. Das sieht mir sogar definitiv danach aus. Ich glaube, das könnte sogar ein riesiges sein. Die andere Karte ist ein bisschen weiter weg. Und Leute. Richtig viele haben in die Kommentare geschrieben. Was ist das mit der YouTuber-Insel? Hörst du auf, Timmy? Dies, das. Leute. Wenn ihr wollt, dass ich aufhöre, ist okay. Aber wenn ihr nicht wollt, dass ich aufhöre mit der YouTuber-Insel, dann schreibt das jetzt alle in die Kommentare. Mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Dann werde ich auf jeden Fall weiter durchziehen, Leute. So, wie ihr das wollt, so mache ich das. Ganz einfach, Leute. Und ich werde auf jeden Fall weiter durchziehen, hoffentlich. Weil ich bin auf eurem... Also, ich will wirklich, dass ihr supportet. Ich küsse euer Herz, wenn ihr supportet. Ihr seid wirklich die Besten. Deswegen. Also, ich hoffe natürlich, dass der YouTuber-Support... Der YouTuber-Insel-Support weiterhin besteht. Und oh mein Gott, das ist ein Riesending. Bro, das ist doch schon wieder ein Riesending hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie soll ich das schaffen, Leute? Okay. Wartet mal, wartet mal. Was ist, wenn ich direkt nach oben gehe? Oder sollen wir uns wieder hochbauen? Eigentlich können wir schön hier dies, das. Wir können uns ja irgendwo reinbauen hier. Hm, ich muss nur mal checken. Oh, okay. Das hört mir jetzt nicht so... Das hört sich nicht so gut an. Aber wir gehen rein, Leute. Keine falschen Sachen. Äh, wir haben Äpfel. Wir haben Äpfel am Start. Das ist gut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen rein. Kurz Koordinaten saven, falls wir drauf gehen. So, habe ich gesaved, Leute. Oh, und da ist ein Spawner. Okay, das sieht nicht gut aus. Das sind sogar Hexen, Leute. Nein, nicht Hexen. Ich mag keine Hexen, Mann. Oh, oh. Okay, ich muss mal kurz das hier mit dem tauschen. Sehr gut. So, dann machen wir das einmal so. Okay, sehr gut. So klappt das. Hä? Perfekt, Leute. Wir haben direkt hier unsere Bahn. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine Fackel. Ich brauche ganz, ganz schnell eine Fackel. Ey, 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 ey. Oh, sehr gut. Wir haben es abgebaut. Wichtig, Leute. Jetzt können wir hier das schön... Oh, mein Gott. Ich glaube, die sind strong. Ja, ich glaube, die sind strong. Ey, alles gut. Alles gut, 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 alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut, solange du wild bist. Oh, mein Gott. Okay, die haben Mies Schaden gezogen, ey Die haben ja mies Schaden gezogen, warum? Ich glaube, vielleicht sollten wir doch Unseren Dia-Helm nehmen Dann haben wir aber keine zwei Herzen mehr, das ist ein bisschen dumm Ah, ich glaube Das ist stronger, wenn wir ohne diesen Ohne den Helm machen Ich glaube, es ist besser, Leute Ja, es ist besser Es ist besser Okay Nein, er hat mich wieder, er hat mich, er hat mich, Leute Wir müssen aufpassen Bro, wir sind schon hier unten und haben Probleme, was? Okay, wo ist der hin? Der ist da unten Auf den ist es egal Wir gehen wieder hoch, Leute Haben wir hier irgendwas drin? Oh, ein Endeauge Oh, was will er? Hey, verschwinde! Nein, 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 nein Das Ding ist Oh, der gibt uns jetzt richtig viel Schaden Die ganze Zeit, wir können so nicht weitermachen Wir müssen aufpassen, Leute Wir müssen das Ganze safe machen So, wartet, wartet, bis das weg ist Habe ich eine Milch dabei? Ne, habe ich nicht Wie weit ist eigentlich die Map weg? Vielleicht ist die ein bisschen einfacher Ne, die ist nicht einfacher Okay, wir gehen wieder rein, Leute Wir gehen wieder rein Ich werde kurz noch was essen Zack, zack, zack Da unten ist wieder ein Hexe Ich höre sie Aber wir schaffen das Wir schaffen das schon, Leute Ja, die können da lachen, wie sie wollen Das ist mir egal Okay Das ist schon mal gut hier Ja, sehr gut Ich hätte auch lieber hier Licht eigentlich, ehrlich gesagt Ein bisschen aufpassen Okay, okay Hier ist ein bisschen mehr Licht, Leute Hier ist ein bisschen mehr Licht Aua Hör doch auf Boah Das war knapp Okay Den haben wir weggemacht Der ist weg Hör auf, verschwinde Der ist auch weg Und jetzt essen, 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 Leute Das darf nicht zu weit runter gehen Oh, Mann, 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 Mann Es ist so knapp Es ist so knapp, Leute Haben wir doch irgendwo Licht hier? Ich brauche Licht Ich brauche eigentlich echt Licht Ich sage euch ehrlich Okay, langsam sollte das echt wieder mal hochgehen, die Herzen Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, Herz Geh hoch, geh hoch Nein Ich will nicht drauf gehen Komm schon, geh hoch Ja, 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 ja Ich glaube, das ist gleich vorbei, Leute Oh, das sieht übel aus Das sieht echt übel aus Komm schon Wir brauchen auf jeden Fall mehr Totems, ey Oh, wann ist denn das endlich weg? Oh, es ist weg Es ist weg, Leute Oh, wir haben echt viel Essen verschwendet Wir haben noch acht Äpfel Das ist gut, Leute Äh, die kann ich eigentlich wegwerfen, die Karte Die braucht eh niemand mehr Die ist wichtig Okay Ich werde noch einen Apfel Soll ich einen Apfel essen? Eigentlich schon, Leute Eigentlich ist ein Apfel wichtig Okay, wir gehen hoch Wir gehen weiter hoch Schauen, ob hier ein Spawner ist Sieht aber alles safe aus Vielleicht haben wir hier Schleim Nee, das brauche ich alles nicht Mann, ich brauche Essen Essen wäre wichtig Oh, Mann, 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 Mann Ich will nicht drauf gehen, ey Bitte nicht Ich meine, wir haben ein Totem und so Aber ein Totem, das ist auch nicht unendlich Wisst ihr? Wir müssen da jetzt Oh, mein Gott Bro Wir müssen da echt aufpassen, Leute Zack, einmal hier hoch gehen Okay, jetzt müssen wir einmal Hier rüber springen Okay, sehr gut Dann müssen wir Oh, Mann Okay, nochmal neu Nochmal neu Nochmal neu Timmy 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 Timmy, konzentrier dich jetzt 3, 2, 1 Okay, Leute Es geht weiter Wir sind oben Wir sind schon mal oben Das ist sehr gut Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach hier hochbauen So Bro, da oben geht es weiter Da oben geht es weiter, Leute Sehr gut Ich höre da irgendwelche Spinnen Aber wo ist die Spinne? Die ist echt eklig, ey Bro, die Spinne hört sich richtig eklig an, ne? Wie als wenn die mich gleich richtig hitten wird oder so Okay, hier sehe ich aber auch noch nichts Vielleicht Essen XP Fläschchen XP Fläschchen So wichtig, Leute Okay Ich werde das hier da rein machen So Zack Dann machen wir das einmal so, Leute Und jetzt erstmal schön wieder XP fahren Boah, sehr gut, Leute Endlich hat das Schwert mal mehr Leben Das war wichtig Okay, dann können wir eigentlich noch schauen, ob wir irgendwas zu essen hier finden Kommt Oh, oh Hi, Spinny Was geht ab? Na, alles klar bei dir? Sehr gut Spinne haben wir erledigt, Leute Vielleicht finden wir hier noch was Feuerschutz Oh, das ist gut fürs Essen, Leute Das ist gut für Essen Aber ich finde hier sonst Nicht wirklich was Ne, das brauchen wir auch nicht Oh, komm schon, komm schon, komm schon Ich brauche irgendwas Heftiges Okay, wir gehen mal weiter hoch, Leute Wir gehen weiter hoch Bis jetzt läuft das eigentlich ziemlich gut Wir haben endlich wieder Licht Let's go Wir haben wieder Licht Wow Und Gold Und Gold Da können wir richtig gute Goldämpfe machen Bro, wichtig und richtig Okay, sehr gut Was haben wir hier? Ne, da ist nix Auch nochmal Gold mitnehmen Sehr gut Eigentlich können wir Wir können folgendes machen, Leute Zack Ich mach mal kurz Goldäpfel Goldäpfel sind so wichtig Ich sag euch ehrlich, ne Ey, ohne Goldäpfel Keine Ahnung, was ich machen würde So, einmal Zack, zack, zack Okay, wir können uns Fünf Goldäpfel machen Das ist gut Das ist gut, Leute Okay, wir gehen weiter Ich würde sagen, wir gehen weiter Jetzt wird's spannend, Leute Jetzt wird's richtig spannend Weil jetzt müssen wir Kurz hier ein bisschen Naja, strategiemäßig Das Ganze machen, wisst ihr? Okay, wie, wo, was machen wir hier? Was machen wir hier? Hier, zack Das können wir auch mitnehmen So, sehr gut Haben wir hier noch irgendwas? Ne, da sieht's nicht so gut aus Okay Boah, wir müssen jetzt so viel Essen mitnehmen, ne? Wir müssen so viel Essen mitnehmen Wir müssen alles mitnehmen, was es hier gibt, Leute Ich sag euch ehrlich Okay Wie sieht's hier aus? Hm, da könnte was sein Gold nehme ich mit Smaragde immer gut, Leute Da können wir nämlich schön wieder verzaubern So, dann müssen wir einmal hier hingehen, glaube ich Boah, wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter? Das ist die Frage, Leute Nein, nein Oh mein Gott Bro, was war das denn? Okay, wisst ihr was, Leute? Ich, äh Ich, ich hab genug von diesem Dungeon Da ist eh nicht guter Loot Ich hab den Totem verloren Das zeigt mir doch wieder Dass Timmy ein Noob ist Man, das kann doch nicht wahr sein, ey Okay, wir gehen zu der anderen Dungeon Bro, das gibt's nicht, ey Einfach Totem draufgegangen Nein, Mann, ey Ich bin so kurz davor, die YouTuberin zu verlassen Ich sag euch ehrlich Das kann doch nicht ernst sein Wir müssen weitergehen, Leute Man, 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 ey Hier ist auch niemand, der mir hilft Das ist so schlecht eigentlich Aber wir kriegen das hin Wir gehen einfach weiter, Leute Wir gehen einfach weiter Leute, ich würde sagen Das soll es von diesem Video erstmal gewesen sein Wenn ihr andere Videos haben wollt Schreibt es euch in den Kommentaren Wir sehen uns beim nächsten Video Wenn es wieder heißt Timmy auf der YouTuberinsel Bye, bye, tschüss